so wie fangen wir am besten an zu erzählen ich würde euch das ist in einem video gar nicht erzählbar wie gesagt ich habe mir alle zehn erzählen lassen oben jedenfalls aufgrund meiner zukünftigen situation ich habe ja eine große reise vor und möchte ja die nächsten jahre auf auf dem fahrrad leben und würde euch gerne da ich ja gerne mehr videos machen wollen möchte würde wie auch immer man das gerne so sagt euch ein teil oder aber ich gerne mein leben präsentieren und preisgeben und euch aus meinem leben erzählen wie ich aufgewachsen bin was es doch eigentlich für ein schwieriges und hartes leben war in das ich ein gerutscht bin ungewollt teilweise ist es ja so und auch mein elternhaus meine zeit auf der straße als kind sogar schon als unter zehnjähriger auf der straße gelebt weil ich geflüchtet bin aus der situation die mir halt auferlegt wurde geboren fangen wir mal an ich werde es natürlich nicht in einem video erzählen können aber wer interesse hat kann sich das gerne anhören über kommentare und äußerungen ja bin ich offen und für mich ist es auch eine art aufarbeitung meines lebens das war halt wie gesagt ein sehr schwieriges leben und ich finde mein werdegang hat sich sehr gut entwickelt wie gesagt mit der sprache ist ein bisschen schwierig ohne zähne aber ich hoffe man versteht mich und es funktioniert so zu meiner person ich bin jetzt werde ich in naher zukunft am 25 vierten werde ich 40 jahre alt letztes jahr am 9 vierten hatte ich einen herzinfarkt und musste eine entscheidung treffen das war ein herzinfarkt nach der dritten impfung ja ich bin natürlich den ganzen tag mit meinem herzinfarkt umher gelaufen und morgens um 10 wo angefangen hat bis nächsten tag morgens um vier dann habe ich erst selbstständig reagierten habe gesagt jetzt fahre ich mal die notaufnahme und lass uns überprüfen und das war ein herzinfarkt so egal dazu später mehr fangen wir mal von vorne an geboren bin ich in ludwigswälde das liegt bei teltow fleming oder am landkreis teltow fleming in der lehre von potsdam mein elternhaus eine einzige katastrophe kann man so sagen geschieden der eltern bei der alkoholiker mit viereinhalb fünf und halb je nachdem bin ich ins heim gekommen nach termin dass meine schwester ich habe noch eine schwester eine anderthalb jahre ältere schwester zu der ich jetzt natürlich den kontakt abgebrochen habe aufgrund meiner lebensentscheidung und hatte später vielleicht mehr wenn gewünscht aber in meinem damaligen leben wie ich aufgewachsen bin der erste abschnitt kann man so sagen war halt mehr als alles andere als schön und lustig also das sind halt zeiten gewesen mit fünfeinhalb glaube ich bin ich ins heim gekommen im osten noch im jugendamt ost jugendamt sagt man so schön hat mich natürlich ganz heim gesteckt mit vater schwerer ägholiker mit uns beiden überfordert hat uns viel verprügelt mit waschknüppel und gürtel und alles was man so gefunden hat auch meine schwester unter anderem nur weil wir zum beispiel in der wohnung gespielt haben und ist er halt einfach überfordert war seine ruhe haben wollte oder aus welchen gründen auch immer es ist halt als kind schwer zu verstehen warum elternteile mit voller wucht auf einen einschlagen und da auch sehr sehr schwer biegende verletzungen halt auch entstanden sind also riemen bluten und auch mit waschknüppeln früher gab es ja noch diese 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 trommeln wurde halt in einer waschmaschine auf einer seite die wäsche wäscht mit 90 grad 100 grad was auch immer und auf der anderen seite war halt denn die trommel die schleuder und diese knüppel die man dafür genommen hat damit wurde ich halt sehr oft und mein vater halt auch vervögelt ja schwieriges thema aber ich möchte das einfach erzählen oder versuchen zu erzählen dann es war halt so damals hause dann ich habe halt auch oft meine schwester geschützt schon im jungen alter und habe mich jetzt vor meine schwester gestellt und habe gesagt ein schlag über mich anstatt meine schwester das waren schon harte zeiten auf jeden fall bin ich dann irgendwann ins heim gekommen da wo ich natürlich auch nicht herzlich aufgenommen im heim ist es ja natürlich so jeder der im heim war weiß ja bescheid der beste von ich rede da herrscht der stärkere gewinnt mal so nebenbei und ja da ist halt auch viel ablehnung hass und gewalt in dem falle an der tagesordnung ich wollte mich dem eigentlich immer entziehen und bin natürlich dann geflüchtet manchmal alleine manchmal zu zweit mit anderen menschen denen es genauso ging die halt auch gepiesackt und gemobbt wurden und das halt mit fünf bis sechs jahren ja das waren schon die ersten zeiten wo ich dann sage ich mal auf der oder sechseinhalb wo ich dann schon auf der straße teilweise öfters mal war und paar tage paar wochen je nachdem wie lange es gut ging und wie wir halt überlebt haben schon abgehauen sind natürlich macht man zu dieser zeit natürlich auch kriminelle sachen wenn man es so sagen darf oder wenn man das so sehen möchte es ist ja halt so man muss ja irgendwie gucken dass man lebensmittel kriegt dass man was zu essen hat was man irgendwo unterkommt also bricht man halt in irgendwelchen gartenlauben ein oder man hat ein wenig respekt denn vor anderen sachen das ist halt dann man muss gucken man geht in die kaufhalle früher konnte man noch besser klauen wie heute und ich weiß nicht mehr wie es heute ist ich glaube ja in dem falle so nicht mehr aber ja früher hat man halt dann irgendwo lebensmittel geklaut und keller eingebrochen und früher hat man ja noch viel eingeweckt und hat halt dann davon gelebt solche zeiten waren das dann halt und das ging halt sehr sehr viele jahre so also meine polizeiakte sehr sehr interessant auch die jugendpolizeiakte das wäre schon ich glaube ein erlebnis da mal rein zu gucken habe mich aber nie darum gekümmert auch die jugendamt das wäre schon ein erlebnis gewesen da mal rein zu gucken entschuldigung ich bin hier in der natur ich muss immer wieder auf meine füße gucken weil second side ist halt das ganze jahr über und ja so verlieb halt viele jahre dann hat mich das heim natürlich dadurch dass ich halt so rebellisch war sagt man ja so schön und immer wieder abgehauen bin sehr sehr viele jahre auch in die psychiatrie geschickt weil ich halt schon immer als schwererziehbar galt als einzelgänger schwererziehbar als mensch der hat seine eigenen entscheidungen trifft und schon als kind irgendwie seinen eigenen weg gehen möchte weil er halt irgendwo anschluss fand oder liebe dazugehörigkeit oder ähnliches also ich habe es wirklich nie erfahren was wirklich familiäre liebe ist oder was irgendwo doch einmal einmal dazu aber vielleicht später dürfte ich das erfahren was wirklich familie bedeutet das war wirklich ein sehr sehr schönes erlebnis aber wie gesagt dafür später und die ersten jahre die ersten sag ich mal 655 jahre so war es immer ein hin und her auf der straße zwischenzeitlich mal zu hause denn wieder im heim und wieder zu hause mein vater hat mich ja manchmal auch versteckt zu hause auch wenn mich die polizei gesucht hat man aber manchmal also eigentlich immer nach hause abgehauen bin aber also ziemlich oft aber es ging halt nie lange gut weil zu hause ist halt mein vater immer überfordert gewesen mit mir und oder mit sich und mir und meine schwester und überhaupt mit seinem leben durch den alkohol und seine lebenssituationen arbeit verloren perspektivlosigkeit war halt maurer mein vater und hat halt eigentlich nichts anderes gekannt als hat biertrinken früher war das so auf dem bau ein kalt ein stein ein bier sagt man ja so schön und das war halt so so war es halt sein ganzes leben der alkohol hat ihn halt sein ganzes leben lang begleitet und naja ist halt ein schwieriger vater gewesen man sucht aber als kind immer trotzdem die nähe zu seinen elternteilen weil man halt das nicht anders kennt und liebe halt irgendwo sucht die man halt nicht erfahren darf oder nur in kleinen schritten oder in kleinen auszügen erfahren dürfte jedenfalls ich und mir hat es halt ja viel bedeutet bei meinem vater zu sein obwohl es halt eigentlich ein arschloch war und er mir so sehr weh getan hat in sehr sehr vielen jahren meines lebens eigentlich mein kindheit versaut hat mein leben meine einstellungen so viele sachen hat er eigentlich kaputt gemacht ich habe ihn verziehen es ist halt so geschehen wie es geschehen ist muss ja auch leuten verzeihen können in meinem leben sonst kann ich mit meiner vergangenheit nicht abschließen deswegen vielleicht auch dieses teilen des videos und lasse ich ein bisschen an meinem leben daran teilhaben ja also wie gesagt es war viel gewalt auch in luptik selde da bin ich ja immer wieder zurück von tribunen und selde wo ich in der gegend war auch die leute mit denen ich zu tun hatte ich wurde eigentlich zum beispiel ein kleines beispiel ich war auf dem basketballplatz in luptik selde wurde ich halt man ist ja damals wie ein dorf gewesen man war ja bekannt und wurde halt immer gemobbt aufgrund meiner kleidung meiner eltern meiner herkunft ich sah halt nicht so aus wie es andere gerne hätten bin ich ja heute immer noch nicht man sieht ja nie so aus wie es andere gerne hätten und da war halt mal eine situation die war halt auch sehr sehr prägend für mich was ich auch nie verstanden habe ich nie was gemacht habe aber da war halt mal eine situation ich war basketball spielen mit zwei afrikanischen mitbürgern die hätte auch gewohnt haben in einer baracke und da haben wir uns halt regelmäßig getroffen und haben basketball gespielt auf einem gewissen platz der hat da neu entstanden das war ein schönes spiel und immer wieder angenehm und dann kamen ein paar kinder ein paar jugendliche wie auch immer das mein alter ich weiß nicht wie alt ich da war ich glaube da war ich so neun oder so und da war eine situation da waren dann ich weiß nicht irgendwann waren dann da sechs sieben acht neun leute um mich herum die haben mich hier piesackt und dann gab es früher diese bäume da gab es dann so gummis waren so drei pfeiler in unserem baum oder um so einen baum herum diese jungen bäume die dann halt aufgezogen werden waren dann so drei pfeiler ringsherum um den baum zu stützen und da waren diese gummis um den baum zu stützen die haben sie abgemacht die gummis oder kaputt geschnitten oder wie auch immer und sind dann mit bmx mit wie auch immer um mich herum gefahren ich stand in der mitte weil ich konnte ja nicht weg und haben dann auf mich eingeprügelt weil einer irgendwann mal gesagt haben soll von diesen leuten die ich nicht mal alle kannte davon abgesehen weil ich mit denen nie was zu tun hatte es waren weder freunde noch ähnliches sagte ich habe irgendwann mal heil hüttler gerufen bitte was ja solche krassen situationen aus unbedenklichen gründen also ich für mich eigentlich unvorstellbar habe ich nie gesagt davon abgesehen aber auch wenn ich das gesagt haben sollte ist das eigentlich eine situation wo man sagt ja warum gehen denn sechs sieben acht neun leute auf mich los nur weil sie spaß daran haben jemanden weh zu tun und zu quälen und das war halt nicht nur einmal so in meinem leben das ist leider schon öfters vollkommen und dann sind die wirklich mit fahrrädern um mich herum gefahren und haben auch diese mit diesen gurten mit diesen gummigurten auf mich eingeprügelt immer wieder immer wieder und hatten große freude dran mir weh zu tun und ich habe nie was gemacht ja und hat mir natürlich viel gefallen lassen in meinem leben musste ich ja weil ich halt so eine gruppenschlägereien eigentlich immer derjenige war der auch die festgekriegt hat damals ja da war dann auch mal so eine schneiden situation die war dann aber ein bisschen später man sucht ja immer welche leute wo man dazugehören wollte es war dann recht der linke szene ich weiß ich glaube die war die rechte szene damals ich habe einen platz aber es liegt daran dass ich so wenig hat hat nicht mit rechts oder links zu tun und da war dann auch mal eine situation ich habe war mit jemanden in der kneipe gewesen haben bier ausgegeben oder 234 wie auch immer und irgendwann war der pegel wahrscheinlich bei einigen leuten dann auch mal so hoch und die haben halt einen schlägeropfer gesucht happy birthday ich war da ich war zur verfügung und irgendwie ich habe keine ahnung aber es war auch wieder genau die selbe situation in der ähnlichen form dass ich wohl irgendwas gesagt haben soll was ich nie gesagt habe und da bin ich sehr heftig mit springerstiefeln auch getreten worden und zusammen geprügelt worden also zusammengeschlagen wurden da hatte mir dann noch eine kellnerin irgendwann mal geholfen nachdem ich dann draußen mit 56 7 leute auf dem boden lag und auf mich eingetreten wurde die hatte dann die leute abgelenkt dass ich rennen durfte ich habe natürlich alles alle kraft die ich noch hatte irgendwie mobilisiert in solche situationen rennzungen ein leben bin dann noch zu meiner mutter gerannt die dann ja irgendwo in der nähe gewohnt hat in fixelle die mich aber erst mal nicht aufnehmen wollte und ich war blutüberströmt und meine mutter hatte ich mal irgendwie groß mitleid gehabt mit mir muss man mal ganz ehrlich sagen also das war eine richtig krasse situation ich habe dann irgendwann auch den kontakt zu ihr abgebrochen wo ich halt gemerkt habe dass es keine person ist die man als mensch aufsuchen sollte wenn man seinen elternteil besucht also ich habe immer die nähe gesucht zu ihren und habe dann hat sie immer gefragt warum sie sorgerecht nicht für mich genommen hat warum ich so ein leben leben muss warum ich ins heim geben musste weil sie halt sorgerecht abgelehnt hat und das waren halt immer situationen die ich nicht verstanden habe und meine eltern haben mich halt grundsätzlich belogen der eine hat gesagt ja sie wollte sorgerecht nicht sie sagt ich habe es nicht bekommen und ich wollte es und wir hatten ja auch mal die möglichkeit gehabt dass sie es gehabt oder bekommen hätte sorgerecht ich wäre aus dem heim entlassen worden und wäre zu ihr nach hause gegangen aber sie hat sein abgelehnt weil ich halt immer der schwierige mensch im leben war ich war immer das schwarze schaf auch in der familie ich habe eigentlich keine familie ich besitze zwar eine irgendwo gentechnische besitze ich eine familie ich habe eine schwester hatte eine tante hatte einen onkel onkel habe ich nicht mehr schwester habe ich noch aber naja vater mutter weide tot onkel tot alle irgendwie durchs alkohol und durch den konsum von alkohol und die spätfolgen natürlich alle relativ früh gestorben das waren alles so schwierige zeiten in jedem heim wo ich halt war ich war ein einige heime ich war in tribunen dann war ich psychiatrie brandenburg welcher schwer zieler bin dann war ich ludwig selde im heim eine zeit lang dann wieder brandenburg psychiatrie aus dem anderen heim heraus weil ich halt auch schwer zieler bin auch in diesem heim war schwer zieler in jedem heim war schwer zieler nun mal so als schwer zieler naja also ich habe schon immer gemacht was ich wollte und ich war eigentlich immer auf der straße ich bin in jedem heim bin ich abgehauen und habe halt auf der straße gewohnt bin ich wieder nach hause eine zeit lang ein paar wochen paar monate vielleicht ein halbes jahr dann mein vater hat ja für mich kein essen mehr gekauft als kind da war ich dann weiß ich nicht unter 11 also immer so bis zum bis fünfeinhalb bis zwölf war ich halt immer in einem heim psychiatrie und ähnliches verschiedenen heimen wo ich halt irgendwann tribunen hat mich halt irgendwann rausgeschmissen weil sie gesagt haben ja das bringt nichts mit dem der bleibt ja nicht bei uns also hat auch keinen sinn ja fand ich jetzt nicht schlimm war ich halt eine zeit lang zu hause musste aber schon in diesem zeitalter mit unter 10 11 wie auch immer bis für mich selber sorgen also ich habe geguckt dass ich taschengeld irgendwo verdiene bin auf rummel arbeiten gegangen habe plakate ausgetragen bei truck monster truck oder auf dem zirkus oder auf dem rummel oder überall habe ich halt angefragt ob ich halt irgendwo arbeiten kann um mir halt geld zu verdienen schon als kleiner als kleines kind ja oder habe überall geklingelt wo hunde waren und habe halt gefragt ob ich halt gassi gehen kann so und mir ein bisschen taschen geld verdienen kann was zu essen kaufen kann dass ich nicht immer klauen muss und ja so verlief halt mein leben so dann irgendwann also ich habe noch viel mehr stories in diesem zeitalter also zwischen fünf und sechs da ist ja so viel mehr passiert ich war ja wie gesagt kriminell habe autos geklaut motorräder geklaut schon in dem zeitalter ja habe einbrüche gemacht bungalows bin im keller habe keller ausgeräumt weil lebensmittel drin waren bin auf verkons hoch geklettert bis zum zweiten dritten stock und so teilweise ja und wenn zum beispiel grüste da waren oder ähnliches früher haben die leute ja auch zu weihnachten silvester neujahr und so haben halt essen auf dem balkon gelagert und das haben wir dann halt genutzt die situation und konnten halt essen ja das war schon schwierige zeiten jugendamt hat mir natürlich nie geholfen in irgendeiner art und weise im gegenteil die waren halt immer so von ein heim ins andere sollte ich halt mal in privatfamilien kommen oder etc naja es ist halt nie so geworden ich habe also nie liebe erfahren dürfen außer wie gesagt einmal da hat mich mal da bin ich bin jetzt hause immer aus dem blick zu hause war durfte ich ja musste gern man wie früher so war streng sei um sieben zu hause sechs hause macht zu hause aber fängt das leben doch erst an auf der straße oder draußen wir haben viel gespielt und sind halt in der wälder rumgezogen sind klettern gegangen oder sind halt lange rum mit stroma draußen und waren zu hause ist ja auch nicht schön wenn man da so ein leben hat also ist man mehr draußen und in der natur und naja wenn ich dann halt zu hause war bin ich halt aus dem fenster raus habe mein wahrheit ziemlich hoch ja so waren schon so zwei drei meter die man den so überwinden musste und dann bin ich da halt immer raus aus dem fenster und bin dann halt abgebüxt also abgehauen über nacht manchmal auf disco manchmal hier manchmal da und so mein vater hat man schon mitgekriegen hat den fenster zugemacht also das heißt ich bin auch nicht mehr reingekommen so und dann gab es halt mal so situationen wo er mich halt ich glaube über ein oder zwei wochen ausgesperrt hat also wirklich ausgesperrt hat er nicht mehr reagiert hat auf anrufe nicht reagiert wahrscheinlich ist auch zu meinem onkel gefahren also war nicht mal mehr zu hause hat sich dann verdrückt wird hat öfters gemacht hat nur ist dann halt abgehauen hat sich verdrückt ist jetzt zu meinem onkel nach verneuendorf gefahren naja und dann bin ich halt nirgendwo untergekommen doch irgendwann bin ich dann halt beim bekannten untergekommen bei einem schulfreund der hieß dann brian er wurde halt auch viel gemobbt den habe ich mal eine zeit lang dann auch geschützt und geholfen der war halt kleinwüchsig und hat dann irgendwann angefangen mit kung fu und konnte sich dann natürlich irgendwann auch selbst verteidigen aber es war auch richtig so in seiner situation und er wurde halt auch viel gemobbt und wurde halt so klein waren kleine menschen werden halt haben zeit auch nicht einfach und seine mutti hat mich mal aufgenommen und das war so über weihnachten das war richtig richtig schön habe ich mich so gut ich wollte eigentlich gar nicht mehr weg und er hat auch eine kleine schwester und so und ich durfte dann bei brian schlafen und die mutter und alles drumherum das war so liebevoll und familial das hat mir richtig dolle gut getan das hat mir einmal mein leben gezeigt wie es ist in einer familie zu leben und wirklich geborgenheit zu erfahren die hat sich so lieb um mich gekümmert das ist wirklich wenn ich heute daran denke dann fühle ich mich immer noch sehr wohl daran und ich bedanke mich auch sehr dass ich diese situation erleben durfte diese eine situation die mir wirklich viel viel kraft im leben auch gegeben hat immer wieder mal wenn ich daran zurückdenke weil ich habe und sag ich mal bis ich naja wie soll ich sagen dass ich noch mal mit 15 bin ich in die wg gekommen nach potsdam davor war ich ja noch in st peter ording im heim und da habe ich auch noch viel auf der straße gelebt oder bin viel abgehauen habe halt auch viel scheiße gemacht weil ich da halt ich durfte halt nie nach hause ich durfte nie meine eltern sehen auch wenn ich wollte ich weiß meine eltern waren immer blöd aber als kind sucht man hat immer die nähe wie gesagt egal wie schlecht die eltern sind man sucht halt immer linien zu den eltern egal wie es ist und da war es halt auch so dass ich dann halt nach zweieinhalb jahren immer noch nicht nach hause durfte jeder durfte irgendwie zu weihnachten silvester nach hause in diesem heim war ein kleines heim mit 13 leute glaube ich unterschiedlichen alters und es war okay es war schön es war eigentlich ein schönes heim ja ich habe aber durch meine rebellion durch dass ich halt mir immer so wenig sagen lassen in meinem leben und immer schon eigenständig bin und meinen eigenen kopf durchsetze bin halt auch vom sternzeichen stier er sagt vielleicht auch schon einiges und habe ich halt trotz alledem dann irgendwann nach zweieinhalb jahren entschieden ich möchte hier nicht mehr sein alle dürfen nach hause mein vater war einmal da mit meiner mutter meine mutter wollte ich natürlich nicht sehen die war ungefragt mein vater natürlich ja aber den ging es dadurch dem alkohol immer so schlecht nichts getrunken hat man ein paar tage dann hat er sich halt nur übergeben wie es halt bei schweren alkoholikern auch so ist die übergeben sich denn immer regelmäßig also da war schon sehr fortgeschritten und er hat auch zu hause auch wenn ich das so sagen darf in einmal gepinkelt und einmal kotz das war halt immer sein unter dem tisch eimer und auf toilette schafft man ja dann nicht mehr also naja musste als kinder denn immer sein einmal lernen das war auch mal so eine eklige situation eigentlich eigentlich total widerlich sein urin und das war halt schon ziemlich krass und bestimmte situation aber naja wie gesagt da gibt es viele neben geschichten die man noch erzählen könnte und naja in san peter orling habe ich dann halt irgendwann angefangen halt auch wieder scheiße zu bauen einbrüche gameboy diebstähle und so weiter ich musste mir halt irgendwie geld zusammen kratzen habe ich dann an irgendwelchen italienern verkauft die sachen die ich halt erbetet habe sage ich jetzt einfach mal so und habe es dann verkauft und mir ein wochenenticket besorgt damals gab es dieses wochenenticket noch und habe gesagt ich fahre nach hause für mich ist vorbei wir hatten ja genug stress mit polizei gehabt da über die zweieinhalb jahre oder drei jahre wie fast da war war ja 96 97 so die zeit so und das heim hat dann auch gesagt naja wir können ja kein festhalten der hier nicht bleiben möchte und die haben sind auch verstanden haben wir auch mein ausweis gegeben und ich durfte denn als kleines kind als was heißt die kleines kind aber wie alt war ich denn da ich glaube 13 13 rum war ich glaube ich da vielleicht auch 14 6 700 kilometer alleine mit dem zug fahren ich habe mir die strecke rausgesucht habe sie gebucht und bin dann alleine diese strecke mit dem zug nach hause gefahren nach gut xelde bin dann noch in gänzhagen gelandet irgendwie da muss ich ja noch nicht zehn kilometer laufen oder so ein bisschen zu hause war er war irgendwann nachts zu hause war keiner hat keine aufgemacht meine mutter war nicht da mein vater war nicht da also in der zwei verschiedene zu hause ist also wohnungen oder unterkürfte sagen was mal so die zur verfügung gestanden hätten und ja bei beiden wurde ich wurde nicht reagiert da war halt niemand zu hause oder wurde oder wollte mich halt keiner wie auch immer also mein vater war definitiv nicht zu hause das wusste ich weil ich ja dann eingebrochen bin und der war schon länger nicht mehr zu hause aber aber natürlich wieder bei meinem onkel in fernlöndorf bei sperenberg und dann bin ich natürlich zu hause eingebrochen weil irgendwo muss ich ja schlafen über dem balkon bin ich dann eingebrochen habe dann die scheibe irgendwie aufgedrückt und naja bin dann halt eingebrochen und zu hause war natürlich auch nichts zu essen und nur ein bier ein bier wasser ein bier von das habe ich mir dann gegönnt damals lange zeit in meinem leben war ja der alkohol hat ja da eine große rolle gespielt habe als kind schon alkohol getrunken und geraucht habe ja schon mit 67 die erste zigarette im mund gehabt ich habe das natürlich aufgehört zu rauchen seit zwei wochen ungefähr anderthalb zwei wochen brauche ich nicht mehr fällt mir auch nicht schwer ist alles eine sache der entscheidung aufgrund von der reise die wir jetzt vorhaben möchte ich auch einfach nicht mehr rauchen und auch durch den herzinfarkt natürlich hatte und gewisse andere faktoren möchte mich auch dem fleisch entziehen wenn ich die möglichkeit habe noch ein bisschen schwer wo ich halt gewohnt bin mein ganzes leben lang fleisch zu essen aber diese zähne ziehen hier seht ihr ja keine zähne mehr oben hat mir halt auch gezeigt dass man sich anders ernähren kann dass man ich natürlich noch gesündig habe heute eine bolette gegessen ist immer noch fleisch aber ich denke ich bin auf dem weg dahin mich dem zu entziehen und dem leid der tiere was wir halt unseren tieren und unseren lebewesen die mir halt auch auf der erde haben antun nicht mehr unterstützen möchte also ich möchte halt schon weg davon und ich sehe halt videos ich sehe mein umfeld ich sehe die natur ich sehe so viel was wir zerstören und rücksichtslos und unbedacht und unbewusst weil das bewusstsein der menschen einfach fehlt einfach nicht mehr wahrnehmen was die menschen auch nicht mehr waren ich nehme es natürlich war und möchte es auch ändern für mich persönlich und meinen beitrag natürlich wie es soll euch jeder macht das ja eure entscheidung aber viele sind halt irgendwie schlafwandelnd unterwegs habe ich das gefühl die kriegen halt gar nichts mehr mit eine komische welt geworden wenn man so wenn man bewusstsein hat und das auch entwickelt weil ich muss ja selber erst lernen ich habe ja bestimmte quellen jetzt angezapft wo ich lernen durfte und die mir halt auch helfen bewusstsein zu entwickeln und wahrnehmung zu entwickeln und auch auf die zeit zu achten im umfeld und auch mal nach oben zu gucken nach unten zu gucken und wirklich in jeder minute alles versuchen zu registrieren auch wahrzunehmen diesen augenblick den man jetzt hat zu genießen und auch zu erkennen wir sind halt auch viel wie sagt unterwegs in der natur und sammeln kräuter sammeln für unser tee und ähnliche wir sind halt auch nicht also wir haben halt die liebe zu den kräutern und zur natur entwickelt und sind halt auch gerne natur und sind auch gerne einsam in natur meine freundin und ich bin froh dass ich jetzt so eine nette person in meinem leben finden dürfte seit sechs sieben jahren oder vielleicht dürfen seit acht bin ich mit ihr zusammen also meine längste beziehung und ich bin sehr dankbar dass ich diesen engel finden dürfte sie ist natürlich älter 15 jahre sie ist jetzt 55 geworden am 24.2 ich bin jetzt werde jetzt 40 am 25.4 und es war für mich aber nie ein problem dieses alter und sie war sehr geduldig in meinem leben und sie hat es verdient dass man ihr das beste bietet was sie was ich hier bieten kann und das ist halt sie zu unterstützen auf dieser reise und ihr halt auch viel beizubringen sie ist halt sehr unerfahren in vielen sachen und sie hat aber lust darauf und sie mag die natur wir haben schon viel erlebt wir waren schon viel auf reisen mit auto natürlich und haben schon viel erlebt in bosnien in kroatien in italien in belgien österreich polen tschechien überall wo wir schon waren ja und in der natur auch teilweise abgelegene orte gefunden haben also wir haben schon sehr sehr viel gemacht vielleicht dazu irgendwann mal mehr ja zurück zu meinem leben wie gesagt ich habe bestimmte quellen jetzt versucht zu lernen und auch wo ich in einer wg bin oder wo ich dann wieder nach hause gekommen bin und dann irgendwann stimmt ich bin ja wir waren ja da wo ich in st peter ording war bin ich abgehauen nach hause und sind dann halt irgendwann ich glaube ein jahr lang zu hause gewesen dann habe ich aber freiwillig gemerkt dass es zu hause hat auch nicht mehr gehen weil für mich persönlich musste ich dann halt die entscheidung treffen mein vater war halt so der war halt mit sich selbst beschäftigt ne der hat sich vorwürfe gemacht meine schwester ist halt zu dem zeitpunkt schon lange ausgezogen die war ja dann schon bei meiner tante weil sie wäre halt auch ins heim gekommen und bevor sie ins heim gekommen wäre das wäre halt eine katastrophe auch gewesen wenn sie halt auch ins heim gekommen wäre hat mich hat halt eine andere tante sie aufgenommen mit der wir heute aber keinen kontakt mehr haben weil sie möchte auch mit uns keinen kontakt mehr haben verstrittene familie so wie es bei den meisten ist verstreute und verstrittene familie habe ich dann halt irgendwann auch die entscheidung getroffen wieder mal zum nächsten mal von zu hause auszuziehen weil es hat einfach nicht mehr ging ich musste halt für mich selber sorgen und es ging halt nicht viele situationen waren halt einfach zu schwierig auch für mich als kind ja ich bin halt nicht mehr in die schule gegangen weil ich halt lieber arbeiten gegangen bin und so also habe halt die schule vernachlässigt habe auch nie einen abschluss gemacht in dem fall bin halt ohne abschluss durchs leben geht auch schule ist sowieso eine ziemlich unsinnige situation in vielen situationen viele lernen unsinnige sachen die sie in dem leben bei weitem nicht brauchen ich habe viel gelernt im leben und komme auch gut klar ich kann schreiben rechnen lesen alles habe es nie bereut mein leben so zu leben im gegenteil für mich im endeffekt war es halt so dass man halt jetzt mit der erkenntnis gesagt hat jetzt erstmal kurz und vor allem nachdem ich halt gewisse quellen angezappt habe mit bewusstsein und wahrnehmung und spirituelle energien sage ich jetzt einfach mal die einen auch helfen bewusster zu denken und auch zu leben und zu handeln zu entscheiden was ist eigentlich entscheidend im leben was ist wichtig möchte ich weiter in diesem hamsterrad leben was unsere gesellschaft bietet oder baut oder macht in dieser politischen katastrophe in der wir halt hier auch leben teilweise voller lügen überall wirst du ja nur noch belogen betrogen ob das bei lebensmittel sind ob das von der politik ist ob davon mein arbeitgeber ist aber ich habe auch zwölf jahre lang pflege gemacht ob das von dem pflegedienst ist du wirst ja eigentlich nur noch verheizt verlogen bildungen betrogen beklaut in jeglicher art von der räuberbande politik und vermieter und stromkonzerne und gaskonzerne und ach überall bisher nur noch abgezogen und du hast ja fast nichts mehr zum leben eigentlich wenn man das so sehen möchte also ich sag mal so wenn ich verdiene 1700 euro und von diesen 1700 euro bleiben vielleicht 300 euro übrig der rest geht für miete strom internet lebenserhaltungskosten rechnungen versicherungen und 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 alles was man so braucht so und dieses ganze konzept wollen wir halt nicht mehr wir wollen nicht unterwegs sein wir wollen uns eigentlich wir haben zelte wir haben hängematten wir haben so was wollen wir halt machen und wenn ich damit 1000 euro 1700 euro auskommen müsste sage ich mal so mit lebensmittel komme ich mit 1700 euro locker ohne miete ohne alles drum und dran ohne auto ohne sprit ohne so vier fünf monate hin überlegt noch vier fünf monate kommt man mit 1700 euro locker hin ohne probleme wenn ich sogar noch mehr und das sind so aspekte wir wollen zeit minimieren wir wollen diesen ganzen warum soll ich für eine unterkunft so viel miete zahlen nur für dach über den kopf für dich denn oder strom bezahlen muss und so weiter wenn ich doch anders auch leben kann wir haben es ja erfahren wir sind in der natur unterwegs und wir können so leben ja wir haben da voll bock drauf und wir lieben es jeden tag woanders aufzuwachsen und oder aufzuwachen schuldig nicht aufzuwachsen tut mir leid und wir lieben es halt woanders jeden tag woanders aufzuwachen den sonnenaufgang zu erleben und die natur die vögel die die sehen an dem wir sind und jeden tag woanders nette menschen tolle leute und wir haben da so schon so viele so schöne situationen erleben dürfen und wir möchten einfach mehr dieser urlaub den man hat hat der arbeitgeber einen gönnt ich man ja meistens auch nicht am stück auch wenn man 21 25 30 tage hat egal kriegst du ja selten am stück also hast du meistens immer nur zwei wochen urlaub dann gehst du auf reisen und bis schon nach jener woche schon wieder so oder nach anderthalb oder ich muss schon wieder zurück und das ist schon wieder im gedanken zu hause und an den ganzen drumherum und den ganzen stressen und das wollen wir halt auch ändern wir wollen halt wirklich mal sehr sehr viel zeit für uns haben für meditation für die umwelt für natur für das was noch bleibt auf dieser welt für das wesentliche wir wollen halt uns auf uns konzentrieren auf unsere beziehung unser innerstes unser ich unsere gedanken die wir halt natürlich ordnen wollen und auch sag ich mal wir denken halt zu vielen wir denken über so viele unsinnige sachen nach über morgen über morgen über über morgen über rechnung über probleme über so viele sachen denken wir nach die uns eigentlich mehr oder weniger blockieren und verhindern dass wir halt einfach nur leben dass wir lernen diesen moment den wir jetzt haben zu genießen ich sitze hier gerade am see werde habe ich euch das mal zeigen ich mach mal ich mach mal einen kleinen kameratausch kleinen moment so ich sitze hier an einem see wie ihr seht ich sitze hier an dem see ganz alleine ich finde das super schön das wetter ist ein bisschen kalt ich aber wir haben um die ein grad oder so ist ein bisschen frisch aber es ist okay es macht spaß hier alleine zu sitzen ich kann kornmorale beobachten da fliegt da gerade der hat sich erschrocken dass ich hier sitze und fütter halt enten ich fütter immer enten und ich habe halt immer was zu essen bei für tiere ich habe manchmal saumblumenkerne bei oder meist bei oder ich habe eigentlich immer irgendwas bei was ich halt den tieren geben möchte und in die natur weil die tiere haben halt so wenig zu fressen bei uns in der natur teilweise und ich sehe es ja auch in den wäldern überall da obstbäume sind weg die ganzen wälder sind ja eigentlich schon mehr als tot teilweise wenn man das so sagen darf einheitliche bäume wenig pflanzen was die tiere fressen können die müssen leider auf die wiese und was lauert auf der wiese ein jäger und schießt sie ab ja die tiere die wir besitzen noch in deutschland rennen ja eigentlich alle nur noch um ihr leben teilweise man muss es so sagen es ist wirklich eine katastrophe es also wir sind manchmal sehr sehr glücklich wenn wir mal ein reh sehen ich glaube gestern oder vorgestern haben wir mal drei aus versehen gesehen die natürlich von einem stückchen stückchen bald was man ja muss noch hat man hat ja kaum noch zusammenhängende wälder von einen wald ins nächste haschen um halt irgendwie zu fliehen und zu flüchten weil die halt angst vor uns menschen haben extrem weil seit überall nur noch gefahren sind ja und überall werden sie gejagt geschossen die autos die menschen alles ist nur noch für die tiere die in wem wir nur noch in angst teilweise und dieses bewusstsein macht mir halt echt sorgen irgendwie wenn ich das auch so sehe wie unsere maschinen hier überall rumfahren die schweren maschinen durch landschaftsschutzgebiete durch wiesen durch wälder es ist eine katastrophe wie das alles aussieht wie das hinterlassen wird ja klar wird neu angepflanzt aber es wird mehr geholzt als angepflanzt wird naja es ist halt eine schwierige zeit und ich sehe das halt auch alles und deswegen möchte ich dem auch entfliehen ja ich möchte wir haben unser fernsehen abgeschafft wir haben alles abgeschafft wir haben ja schon alles gekündigt und unsere wohnung liegt eigentlich nur noch so campingstühle wohnen wir eigentlich wo ist noch da wo wir halt noch ein zwei monate arbeiten und bevor wir halt losziehen und unser fahrrad packen und dann mit fahrrad um die welt fahren auf deutsch gesagt oder durch die welt es wird eine spannende zeit wir werden sehen was passiert wir würden euch gerne mitnehmen ich habe wie gesagt jetzt nicht alles erzählt aber ihr müsst schon mal einen großen teil und ich kann auch gerne noch mehr erzählen wenn ihr wollt auch familiär ist natürlich viel passiert in meinem leben und wie gesagt liebe habe ich nie erfahren ich bin halt ziemlich gebrandmarktes kind mit viel gewalt viel schlägereien ich selber habe mich wenig geprügelt im leben ich habe mich mehr verteidigt im leben bin natürlich dann irgendwann auch so geworden mit mut hass und sehr sehr abneigende situation menschen gegenüber wollte ich halt gelernt habe ich kann niemand mehr vertrauen ich habe selten auch wenn ich freunde angebliche freunde hatte in meinem leben zu denen ich ich gebe ja alles für meine leute die ich halt in meinem leben habe ich opfer denen wirklich viel ich besorgt möchte auch materialien umsonsten oder wenn sie halt handwerklich begabt sind oder besorgt halt ich gebe halt viel ich gebe halt mehr als kriege das war schon immer so auch wenn ich an obdachlose vorbei gebe gehe ich sehe ihn ich war selber obdachlos mehrfach in meinem leben und ich sehe solche situationen und ich gehe hin ich kaufe ihnen was zu essen ohne dass mir das jemand sagen muss ja ich mache es selbstständig bei mir geht es gut ich habe was zu essen ich habe einen kühlschrank ich habe warme klamotten an ja ich habe ein gutes leben wenn ich das so sagen darf also ich habe mehr als ich brauche und viele gehen achtlos an solchen menschen vorbei die haben nicht mal einen blick dafür und für mich ist das eigentlich so eine selbstverständlichkeit solchen menschen auch zu helfen und ich wünsche mir auch in meinem leben dass ich die möglichkeit habe in zukunft solchen menschen noch mehr zu helfen die ich auf meinem weg treffen darf weil ich habe so viele pflegebedürftige menschen auch privat geholfen ohne dass ich dafür was bekomme hab sie mal zu ihre frau gefahren ja weil sie halt nicht mehr ich hatte mal einen der hatte keine beine bei dem habe ich auch meine freundin kennengelernt und meine jetzige freundin und er war halt in der wg und da habe ich halt mal gearbeitet für eine firma namens naja ich weiß nicht ob ich das sagen darf helios und jetzt habe ich es gesagt und er war halt in der wg seine frau hat krebs und er kam ja nicht weg der hatte keine beine und die frau konnte nicht mehr besuchen weil seit körperlich ziemlich krank war durch die chemotherapie und er hatte mir das halt mal erzählt und da habe ich gesagt du kein problem ich habe ein auto ich packe dich rein der war schwer der hat trotz ohne bein hat der 90 kilo gewogen der war ja schon eine wohneprocken der kleine der große entschuldigung der kurze ich habe mir mal kurz erinnert weil er keine beine hat und ja dann habe ich mir den einfach mal schnappt im rollstuhl rinne wuchtelt habe mir mein auto rin gesetzt und bin dann mit ihm zu seiner frau gefahren einfach so und das habe ich mehrfach gemacht und da musste mir auch keiner sagen dass ich das machen möchte muss oder warum ich habe von mir entschieden dass ich das mache weil dieser mensch einfach seine frau noch mal sehen möchte und diese einrichtung wo er war hat es ihm nicht ermöglicht seine frau sehen zu dürfen oder mal wege gefunden sowas zu ermöglichen und das ist halt ganz ganz oft so der fall ich habe halt viele solche situationen die ich euch erzählen könnte und ich bin da so und macht es einfach ja ohne irgendwie dass mir jemand sagen muss oder ich habe das in meinem leben einfach so drin und mein herz macht das einfach her ich habe einfach dieses herz dafür auch wenn ich viele menschen abneigend finde von ihrem vielleicht viele von mich abneigen definitiv das weiß ich weil ich halt so bin wie ich bin und das finde ich auch nicht schlimm weil ich habe nur menschen in meinem umfeld die ich halt die mich halt auch näher kennen und das sind nicht viele das ist nur eine person das ist meine freundin die halt auch mich sieht ja mich wie ich bin und ich habe ja ich gebe nicht jedem preis was ich bin oder wer ich bin oder was ich erlebt habe und was ich denke und wie meine handlungen sind ohne kamera jetzt kommt erst die kamera mein leben weil ich halt auch ein bisschen was teilen möchte ein bisschen was wiedergeben möchte vielleicht auch den werdegang in meinem leben wieder geben möchte und die entwicklung im laufe der zeit wird halt noch bestimmt einiges folgen was ich euch erzählen möchte und ich habe mich in letzter zeit sehr gewandelt gedanklich geistig ich bin ruhiger ich bin zufriedener ich bin glücklicher langsam ich kann mehr lächeln sobald ich zähne habe lächle ich natürlich auch wieder mit zähne jetzt erst mal ohne und ja ich werde langsam auch wieder humorvoller mitteilungsfreudiger und ich denke ich habe auch einiges zu sagen wenn ich wenn die richtige situation da ist und die worte fließen wir haben schon so oft gesagt mensch wer jetzt ein mikrofon dabei das wäre eine gute nachricht für die welt und ich habe mich auch schon mit vielen leuten unterhalten in meinem leben und die haben immer gesagt mensch du hast was zu sagen sag es auch meine ansichten teilweise das hat meine freundin auch schon oft bestätigt ich habe halt andere ansichten die halt keiner so hat also viele ansichten in meinem leben sind halt für manche mögen sie radikal sein für mich sind sie einfach objektiv gesehen die beste lösung weil ich bin ja sehr sehr spontan entscheidungsfreudig aber ich mache es auch sofort ohne zu überlegen also ich überlege schon klar aber entscheide jetzt nicht erst naja ich überlege mal sondern ich durchdenke mir die sache kurz und dann zack entschieden fertig also sofort da wird nicht lange hin und her diskutiert auch wenn ich mich von leuten trenne ja ich biege ab zum beispiel bestimmte freunde die ich mal hatte ich biege ab ist das einseitig was habe ich denn gegeben was hat er mir gegeben über diesen zeitraum die ich diese person in meinem leben hatte und wenn ich sehe dass es einseitig ist dass ich halt doch mehr gebe als ich auch irgendwie zurückbekomme oder wenig dankbarkeit oder auch wenig ehrlichkeit entgegengebracht trotz freundschaft angeblicher freundschaft aber viele sehen ja freundschaft sowieso etwas anderes als ich sehe ich habe halt andere werte andere grundprinzipien sage ich jetzt einfach mal die für mich wichtig sind wie ehre treue rechtschaffenheit ist halt eine ganz ganz wichtige eigenschaft von mir und vor allen dingen auch hilfsbereitschaft ungefragte hilfsbereitschaft ich sehe es wenn es jemand schlecht geht und dann frage ich ob ich ihnen helfen kann ich sehe es wenn eine ältere dame oder ein älterer hilfe braucht dann gehe ich hin und frage solche situationen ja habe ich schon oft gehabt zum beispiel eine ältere dame schwere einkaufstüten macht ständig pause setzt die tüten ab da laufen alle leute dann vorbei solche situationen ich gehe hin frage ob ich ihr helfen kann klar sagt sie erstmal nein aber zum beispiel ich habe ein fahrrad bei ich sage ich hänge die taschen an dem fahrrad sie müssen das nicht tragen ich begleite sie ja solche situationen halt oder auch wenn ich in berlin unterwegs bin zum beispiel das ist öfters an den u-bahn stationen sitzt öfters mal nicht jetzt zigeuner oder ähnliches sondern denen unterstütze ich natürlich nicht das sind ja irgendwelche gruppierungen die da halt betteln aber es gibt halt menschen die wirklich hilfsbedürftig sind und den kaufe ich denn da ist ein china ein bisschen in der nähe oder ähnliches dann gehe ich dahin kaufe halt eine china suppe oder ein china nudeln oder irgendwas irgendein gericht und stelle es ihm einfach hin ja und gehe dann sagt kommt vom herzen und dann gehe ich halt weiter ja das sind halt so kleinigkeiten die ich halt mache es kostet mich halt drei vier fünf euro vielleicht auch sechs oder sieben meine güte das macht mich nicht ärmer das macht mich nicht schlechter oder besser aber ich fühle mich wohler weil ich einfach auch demnächst auf der straße leben möchte und vielleicht geben ja auch das geld aus oder meiner freundin bei uns wie auch immer und wir haben halt nicht die möglichkeit und da ist auch schön den menschen uns helfen oder ich meine viele von euch waren noch nie in irgendwelchen situationen dieser art mit hilfebedürftigkeit vielleicht auch pflegebedürftigkeit ja ich habe noch mal beide arme gebrochen war auch mal pflegebedürftig da habe ich ein kumpel gepflegt das war auch eine wichtige eine witzige story für den was eine katastrophe der musste mir den popo abwischen beim kacken und er musste mir den löffel in den mund stecken und ach das war das war ganz krasse situation da habe ich einen fahrradunfall gehabt und habe mir beide arme gebrochen und das waren beide armen gibt es das war eine krasse situation ich natürlich alleine da musste er mich natürlich pflegen das war eine sehr witzige situation für mich für ihn nicht so weil er halt nicht so der der pflege der pfleger war aber auch den popo abwischen vor allen dingen das war ja wirklich eine ganz krasse situation für ihn da hat er viel gebürgt und gekotzt ja aber solche situationen die im leben gewesen sind ganz ganz witzig und ja ach so ja jetzt bin ich mir so weit abgeschweift vom leben da ist halt auch viel passiert und die bg zeit kommt ja noch da war ich ja noch in der bg da habe ich auch ganz ganz schlimme leute kennengelernt für mein leben aber gut da habe ich autos geklaut da habe ich car checking car checking heißt das glaube ich gemacht also leute an der ampel aus dem auto ziehen und sowas und dann das auto geklaut oder halt auch so autos geklaut und halt einfach nur zu schrott gefahren und solche sachen solche leute ich dann kennengelernt um einfach nur irgendwo dazu zu gehören nicht mal wie ich wollte sondern weil es einfach weil ich freunde gesucht habe und was war es im endeffekt keine freundschaft im gegenteil dann kam irgendwann die drogenzeit das war ja auch noch so eine situation meine drogenphase die war damit warte mal wann ging sie los mit 16 in meine drogenphase in potsdam los in potsdam in die wg und da ging ja eine drogenphase los ecstasy cannabis amphetamine haufenweise solche sachen halt partyzeit und da habe ich dann halt leute kennengelernt die halt noch krimineller waren als ich vorher halt schon mal vorher schon ein bisschen geklaut ein paar inbrüche gemacht und da ging es halt mit autoklauen los das waren halt schon heftige sachen ja in berlin autos geklaut autos angezündet so ne sachen also ganz ganz schlimme sachen eigentlich viele leute will getan kein respekt vor fremden eigentum unüberlegt gehandelt sage ich mal im leben also ich habe viele solche phasen in meinem leben durchmachen müssen und es tut mir wirklich ehrlich gesagt wirklich sehr sehr leid dass ich bestimmten menschen so wie getan habe ich habe bestimmt familien sehr sehr großen schaden zugefügt ja allerdings schon dass man autos von denen geklaut hat waren teilweise auch familienautos ne also war schon eine krasse zeit also es war nicht sehr schön wenn man so daran zurückdenkt und man möchte es ja selber auch nicht erleben ich habe ja viel selber viel leid und elend erlebt und im endeffekt heute tut es mir wirklich ehrlich leid ich habe in den letzten wochen viel vergebung arbeiten gemacht weil ich halt diese bahn auch durch meine freundin jetzt gekommen bin sie war halt sehr geduldig mit mir in meinem leben und ich erkenne jetzt was wichtig ist was was wichtig im leben ist was man dass das leben viel viel wichtiger ist und es auch viel viel wichtiger ist zu geben zu verzeihen zu vergeben auch zu schenken viel zu schenken wollen ihn mehr zu geben als man eigentlich auch geben möchte weil man hat halt sehr sehr viel im leben man hat wirklich mehr als manch anderer also wenn ich überlege was ich damals hatte und die heute habe wir haben so viel krempeltausel gehabt also da wollten wir alles verkaufen und geld damit machen und wie auch immer aber im endeffekt haben wir alles verschenkt wir haben alles gespendet werden die leute die bei uns was gekauft haben wie die küche oder ähnliches die haben noch werkzeug dazu gekriegt maschinen dazu gekriegt und laptop dazu gekriegt oder eine gitarre dazu gekriegt also so viele sachen diese noch dazu ihr schenkt bekommen haben ja die werden einfach dann habe ich auch noch nachrichten bekommen so dass mein sohn hat jetzt angefangen mit gitarre und so und vielen dank dass wir die bekommen haben und der laptop ist gut angekommen und wir konnten mir ganz gut gebrauchen und solche sachen müsste kamen dann noch zurück und ich habe mich tierisch gefreut darüber ja dass es andere leute gebrauchen können und so glücklich darüber waren sowas geschenkt zu bekommen ich habe gelernt dass es mir viel viel wichtiger ist solche sachen zu machen als zu horten und zu besitzen ich möchte nicht mehr besitzen ich habe die entscheidung getroffen meine freundin zum glück auch ich bin froh solche durch eine tolle partnerin zu haben die werdet ihr bald noch kennenlernen das verspreche ich euch ist eine ganz ganz tolle frau und ich bin super dankbar und froh diesen dass das universum mir diese möglichkeit eröffnet hat und das universum hat mir viel geholfen dass dazu später auch mehr wenn ihr wollt es gibt manifestationen die wirklich man wird geleitet sage ich mal so man wird im leben nichts ist irgendwie vorherbestimmt man wird wirklich geleitet und ich kann es auch beweisen zum beispiel ein gutes beispiel aber zwei gute beispiele die mir in letzter zeit passiert sind ich habe bevor ich mir die habe die zähne ziehen lassen hatten wir zwar einen smoothie maker zu hause aber kein mixer werden zwar einen pürierstab aber kein mixer haben wir ja auch schon verschickt alles die mixer haben wir noch ich meine den smoothie maker und ich hatte bei amazon bestellt wir haben ja seit letztes jahr juli august haben wir nur noch bestellt für unsere reise also ganze materialien zelt und alles was man so mitnehmen muss taschen und so weiter und so fort haben wir eigentlich nur bestellt jeden monat so 700 800 euro bestellt und so und da kam einmal ein paket zu mir was ich nicht bestellt habe und da war ein mixer drin ein einfacher mixer ich habe mir gedacht okay wie kann das sein mein name drauf wie auch immer keine ahnung ich weiß es nicht so gut ich habe ihn bekommen umsonst von amazon war ein fehler waren oftgeber ist wahrscheinlich irgendwo rübergerutscht ich habe alle ware bekommen aber der mixer war halt ja und er war halt da und erst wollten wir ihn verschenken so ja da wollten wir sagen okay oder wollten wir zurückgeben weil wir ja doch ein bisschen ehrlich sind aber dann haben wir halt doch behalten haben wir gedacht naja okay wir konnten halt doch gebrauchen für unsere kräuter mixen und irgendwas zum pürieren weil er halt mehrere klingen hatte also schon relativ guter und zwei monate später habe ich mir die zähne ziehen lassen und ich habe den mixer gebraucht ich brauche ihn um mein essen zuzubereiten weil ich jetzt brei essen kann jetzt geht langsam mit anderen sachen wieder weil das fleisch langsam verhält aber ich habe den mixer theoretisch gebraucht also das universum sagt mag sein wie es ist aber das universum hat vorausgesehen er braucht ein mixer er hat bald keine zähne mehr er muss sich irgendwie ernähren es war ein dummer zufall und ein anderes mal war ich in berlin und meine freundin hatte ich hatte einmal schawarma gegessen und wollte meine freundin das auch mal mitbringen und hat ihr gesagt schmeckt sehr lecker und da gibt es einen schawarma laden da kostet das zwei euro zwei euro in berlin für zwei euro essen das ist der einzige laden ich kenne wo man noch zwei euro essen kann kriegt nicht mal mehr eine pommes für zwei euro und ein super super toller laden in der nähe von hasenheide kann ich nur erzählen falls mal jemand in berlin ist an der kreuzung hasenheide da ist vorne an der hermannstraße ist ein kleiner imbiss da gibt es schawarma für zwei euro also wirklich sehr zu empfehlen ein sehr sehr soziales projekt muss ich ganz ehrlich sagen so und super lecker und immer frisch und sehr zu empfehlen nochmal sehr gerne und habe ich wurde mir innerlich schon gesagt als wenn das universum das spricht ja auch mit ein wenn man zuhören kann und dann spricht das universum auch mit ein die stimmen und et cetera also wer sich damit auskennt der weiß bescheiden worüber ich rede und auf jeden fall wurde mir gesagt kauf fünf stück ich kann ja keiner essen also warum soll mir eine freundin fünf schawarma essen und mir wurde immer wieder im kopf gesagt kauf fünf stück so ich habe 50 euro bei und ich wusste nicht warum ich fünf stück kaufen sollte also es wären zehn euro genau gewesen und ich wusste nicht warum ich fünf stück kaufen sollte so und dann stand ich da in der schlange da waren natürlich welche weil der laden ist ja gefragt weil für zwei euro schawarma hallo und dann waren zwei oder drei leute vor mir die hatten alle kleingeld oder kein kleingeld oder auch nur scheine und der laden hatte kein kleingeld und die haben alle so nur zwei drei schawarma gekauft weiß auch immer also eine zwischensumme und der laden hat schon war schon verzweifelt weil er kein kleingeld mehr hatte hat schon ein proponais gelehrt und alles wo seine eigene proponais so von besitzer oder die leute die halt gerade zu dem zeitpunkt gearbeitet haben und hatten halt kein kleingeld mehr waren schon einfach zweifelt und da musste der eine noch was kaufen noch ein getränk kaufen und so weiter und so fort und da wusste ich genau warum ich fünf schwarmer kaufen sollte weil die hatten kein kleingeld mehr konnten nichts rausgeben aber scheine hatten sie dann konnten halt scheine rausgeben und das war eine eingebung die mir bestätigt hat dass wir nicht alleine sind es ist ein phänomen aber wer sich mit sowas beschäftigt der weiß dass wir nicht alleine sind und dass wir wenn wir den richtigen weg einschlagen und auch gedanklich den richtigen weg einschlagen körperlich gedanklich und geistlich ist ganz entscheidend diese drei faktoren eine richtung einschlagen und einen gewissen weg einschlagen ich habe es probiert ich habe gesagt warum nicht mal was neues probieren ich habe mich mit sachen beschäftigt weil ich ja vorher sehr viel wut hatte sehr viel hass und ich wollte mir auch das leben nehmen vor zwei jahren das war so ja ich habe schon angefangen ich habe mich von meiner freundin gesagt dann hau ab ist mir egal ich habe ich bin abgehauen habe mir meine tabletten genommen ganze menge und mtp und so damit man halt sich das leben nehmen kann und habe alles vorbereitet alles rum und dran und dann wurde mir gesagt macht dein handy noch mal an macht dein handy noch mal habe schon alkohol alles gehabt und so volles programm da ist irgendwo ganz weit ab selbst wo mich so schnell keiner findet ja und ja da wurde mir noch mal gesagt macht dein handy noch mal macht dein handy noch mal zum glück ist angemacht und welche heute nicht mehr da meine freundin hat mir sehr sehr viel kraft in meinem leben gegeben auch wenn ich immer nicht angenommen habe am anfang und erst seit kurzem seit ich sag mal ein jahr ungefähr seit dem herzinfarkt ist halt einiges passiert mit mir und hat mich halt auf andere wege geleitet es waren halt ziemlich krasse zeiten in diesem leben war ich halt nie zufrieden ich habe halt nur negative situationen ich habe sehr viele dämonen in mir durch aufgrund von meiner vergangenheit und ich wehre mich jetzt dagegen ich wehre mich gegen diese dämonen ein dämonen ist halt oder eine art besessenheit das hat wenn man gut empfindet wenn man seine gedanken nicht unter kontrolle hat wenn man hass empfindet wenn man anderen böses oder wünscht oder ähnliches solche gedanken ist dämonisch sagt man so schön das sind halt besessenheit das ist dämonisch das ist böse das ist negativ das ist einfach nicht gut für körper geist und jegliche leben in deinem körper also für den gehirn auch nicht für für deine organe nicht für gar nichts ist es gut eigentlich solche gedanken zu haben im gegenteil ist zerstört jegliche also es erzeugt ja auch jegliche gesundheit zerstört das es erzeugt tumore solche gedanken zu haben es ist wirklich so ist erzeugt entzündungen im körper es erzeugt einfach gift es ist gift es ist gift für den körper für jegliche körper sind bioorganismus ein durch energie geladener bioorganismus wir entstehen wir sind ja energie wir sind alles ist energie für irgendeine art und weise alles ist mikroenergie und mikroorganismen wir bestehen aus mikroorganismen in dem fall aus bakterien aus zellen aus wir sind zusammengebaut aus mikroorganismen in dem falle ja aus winzig kleinen zellen und alles besteht aus energie wir sind ohne energie kann nichts leben das herz erzeugt energie das welterall ist energie das wasser ist energie die erde ist energie alles ist energie alles ist mikroorganismen alles alles erzeugt irgendwo energie alles ist energie alles besteht aus materie materie ist energie oder entstand man aus energie auf irgendeine art und weise aus gebündelter energie alles hat so sein sein fasziniertheit auf dieser erde und ich lerne es gerade zu erkennen und es ist eine faszinierende welt in der ich lebe und es macht spaß mich dem auszusetzen und ich bin froh über jegliche erkenntnis und ich habe wie gesagt in den letzten monaten wochen mich mit solchen themen intensiv beschäftigt und habe halt gelernt oder bin dabei zu lernen ich lächle mehr ich bin zufriedener mich auf das wesentliche zu konzentrieren mich nicht mehr so stark den gedanken hinzugeben die mich halt mein leben lang beeinflusst haben und doch verdammt noch mal sehr krank gemacht haben ich habe nicht mehr viele gute jahre vor mir ich habe ich bin eigentlich sehr krank schwer krank eigentlich kann man so sagen auch mein herz macht immer noch starke probleme die ärzte sind nicht in der lage hin zu helfen weil sie nicht zu erkennen ich war mrt ich habe alles durch in den letzten wochen habe ich halt noch mal ärzte marathon gemacht und mich halt checken zu lassen weil ich halt immer sehr sehr viele starke schmerzen haben täglich an verschiedenen stellen des körpers und lebe wirklich mit sehr starken schmerzen und ich lasse mich aber davon nicht unterkriegen ich nehme auch keine tabletten dagegen es ist mir egal solange ich laufen und atmen kann mache ich weiter da bin ich manchmal deswegen auch nicht so glücklich und muss mich halt auf meinen schmerzen konzentrieren dass ich halt damit klarkomme und trotz alledem noch glücklich bin auf eine art und weise oder versuche glücklich zu sein also bin ich auch gerne in der natur weil die energie der natur mir hilft die schmerzen lindert sage ich jetzt einfach mal ist wirklich es gibt menschen die es wissen wenn ihr es noch nicht wisst dann probiert das aus die natur heilt also die heilt wirklich wenn ich in der natur bin sind meine schmerzen meint auch weniger wenn ich sage ich mal zweieinhalb bis drei stunden in der natur unterwegs bin wenn ich aber wieder zuhause bin gehen die schmerzen ja los woran liegt das ist es die energie ist es das zuhause woran liegt das eine sehr sehr interessante frage wenn man das so sehen möchte aber ich bin in der natur und ich bin nicht immer komplett schmerzfrei nein aber ich bin sehr sehr schmerzgelindert sage ich einfach mir geht es weitaus besser und deswegen bin ich gerne in der natur und ich möchte dieses einfach mehr erfahren und wenn man eine gesunde natur hat wenn man eine gesunde natur hat in der man sich bewegen darf oder kann in der wir halt auch schon teilweise waren wir haben schon gegenden tschechien zum beispiel hat sehr sehr schöne natur und noch aktive wälder gute wälder gesunde wälder teilweise ja und es ist ja bei uns hier sehr sehr schwierig einen gesunden wald zu finden ein wald mit sehr viel vielfalt und wo man auch noch leben hat bei uns sind die wälder fühlt sich so tot an so ich gehe durch den wald und sehe eigentlich fast kein leben mehr also wirklich nichts ich sehe zwar bäume ja aber ich sehe kein leben mehr da drin ich sehe kein leben in diesen wäldern früher haben mal ich weiß nicht ob ihr das in erinnerung habt aber so ein kinderbuch ja hat ja mal eine gewisse art von so ein das letzte einhorn nur mal beispiel jetzt ist ein bisschen weit hergeholt ein bisschen witzig jetzt aber nur mal so das letzte einhorn dieses buch oder auch das video was da an tiere standen nur mal so ja wo das letzte einhorn zum beispiel den wald verlassen hat ist jetzt ein kinderbuch aber es ist ja auch eine metapher in dem falle und mal zu erkennen was eigentlich so für tiere in so im wald gelebt haben max dachs maler fuchs rehe hase eule andere vögel die halt auf dem boden noch gelebt haben igel was auch immer was ist alles noch sogar brettieren ich weiß es nicht alles ich kenne mich ja dann auch nicht so aus mit der ganzen tierwelt wie man existiert haben könnte aber es war mal eine vielfalt an tieren so heute hörst du wenn du glück hast mal zwei drei vögel im wald weil was soll da auch noch irgendwo leben wollen ja also die wälder werden ja da wird ja nichts mehr gepflanzt was irgendwo den tieren nahrung bietet auf den feldern ist nichts mehr was den tieren nahrung bietet die haben ja wirklich schwer zu kämpfen deswegen ich nehme immer nahrung mit ich nehme immer wenn ich in der natur bin nämlich immer was zu essen mit immer wenn es bloß körner sind wenn es bloß mais ist oder wenn es bloß irgendwas ist auch diese ganzen jägerstände über alles ist ja wirklich die tiere mehr kaum noch möglichkeit zu leben also es ist wirklich eine sehr sehr schlimme wenn mir tut es weh wenn ich irgendwo unterwegs bin ich erkenne es und mir tut es weh auch diese ganzen mega vielen abholzungen diese schäden die hinterlassen werden in den wäldern es wird so viel abgeholzt aber nicht neu zugepflanzt und dann werden die auch wenn zugepflanzt wird dann werden die bäume so eng gepflanzt dass sie eigentlich schon unsinnig die können ja gar nicht wachsen also ein baum braucht platz habt ihr mal eine eche gesehen wie viel platz sie braucht guckt euch mal eine gute eiche an wie viel platz ihr braucht das sind ja das ist eine krone das ist ja wahnsinn das ist ja so ein machtvoller baum und wenn man denn so sieht dass die bäume so innerhalb von 50 zentimeter gepflanzt werden oder noch ein enger da fragt man sich was geht in diesem münchenpoa der das macht ein wald braucht doch platz ein wald muss sich verbreiten das ist ja auch die die bäume die zum beispiel auf den feldern stehen da stehen manchmal eichen auf den feldern wenn man das so beobachtet ich bin ja wie gesagt viel unterwegs da steht da ein einzelner baum mitten auf dem feld auf der wiese auf der weide oder irgendwo aber dieser baum hat nicht mal die möglichkeit sich zu vermehren weil da ständig der trecker rüber fährt oder sonstige sachen ja also der hat ja nicht mal die möglichkeit das eine wertvolle eiche muss man denken die eiche ist der baum des lebens wenn man sich damit befasst dann weiß man das was so eine eiche eigentlich für lebensraum bietet für wie viele tiere und eigentlich so der hauptbaum des lebens die eiche und wie wenig möglichkeit werden den baum oder den bäumen eigentlich geben sich zu vermehren und das macht mich eigentlich traurig und ich habe auch viele sage ich mal felder gesehen wo der baum eigentlich schon zum sterben verurteilt ist oder so ein wertvoller baum eigentlich wo der trecker wirklich ringsherum mit seiner furchen fährt die wurzeln zerstört und so weiter und so fort aber da wird auch nicht reagiert also wie gesagt für mich gibt es keinen naturschutz mehr an dieser welt das ist einfach nicht mehr möglich das macht mich auch traurig wir pflanzen viel ja wir sind zum beispiel unterwegs sind wir sammeln immer diese kernen apple für sich nektarinen mandarinen zitronen alle wir sammeln die und gehen dann einfach in die natur und ballern die überall hin pflanzen die ein und setzen die unter der auch was groß wird wir wissen es nicht aber ich stelle mir einfach vor auch sommerkerne ja und salatsamen und so weiter wie streuen wir überall hin wo wir sind so bekaufen uns die manchmal oder so und streuen wir einfach überall hin in den wäldern in den fällen überall wo halt der trecker mal vielleicht nicht hinkommt oder so oder wo die tiere vielleicht die möglichkeit haben dass es vielleicht mal kurz wächst um sie einfach mal zu ernähren die möglichkeit zu geben was anderes zu fressen was besseres zu fressen auch für die vögel ja die sommerkerne die wir überall verteilt also in tausenden hunderttausenden die wir schon verstreut haben also wenn irgendwo mal sommer ganz viele wachsen in den wäldern oder abseits der felder ich weiß es nicht wir waren es bestimmt und das machen wir weltweit und das machen wir auch in zukunft so egal ob das irgendjemand dagegen hat oder nicht gefällt oder so und das ist mir eigentlich egal ich denke da nicht an den menschen dem es nicht gefällt der hat mir gar nichts zu sagen ich sehe das einfach aus liebe zur natur und aus pflicht zur natur die früher gab es ganz viele hasen und ähnliches die sich halt natürlich früher gab es ja auch so viele felder die halt noch bepflanzt wurden privatfelder ackerwirtschaft von normalen menschen wie meine oma oder andere omis und so die haben ja noch äcker gehabt und haben salat an die pflanze essen muss nichts kosten essen ist umsonst ja salat etc das wächst alles on mass man braucht bloß ein paar samen irgendwo hinstreuen und das wächst und das buchert man hat nicht mehr viel arbeit haben wir ja unkraut jäten aber mal ganz im herz wer sich auskennt pflanzen unkraut sind medizin und eine super leckere nahrungsmittel in so einem löwenzahn in so einer brennhilz und in so einer kresse und so einer miere und sonst irgendwas in so einem giersch oder ähnliches sind mehr mineralstoffe drinnen und spurenelemente oder sonstige sachen als in dem salat den du in der kaufhalle zu kaufen kriegst nur mal so als kleiner tipp aber vielleicht machen wir dazu auch noch mehr videos aber es gibt ja schon so viele videos timo g zum beispiel busch funk tristan ja das sind alles sehr sehr inspirierende leute die uns sehr sehr helfen also sehr zu empfehlen dass sich damit auch andere kräuterkundige menschen und so aber das sind sehr inspirierende leute gerade in heutigen zeit hat man die möglichkeit sich umsonst zu informieren und zu lernen ja es sind positive sehr sehr positive ansätze die wir da mitnehmen auf unsere reise und wir freuen uns so super diese reise machen zu dürfen und uns auch so zu ernähren das wird ein richtig richtig schönes leben was wir dafür und kabel zart es wird wetterbedingt hart es wird kalt es wird nass es wird es wird sehr sehr viele herausforderungen geben die wir meistern wollen und müssen weil wir können nicht mehr nach hause wir haben keins mehr wir haben es aufgegeben aber wir wollen das machen wir haben ein kleines bisschen geld ich versuche noch kredit aufzunehmen noch habe ich nicht ich hoffe dass ich noch kriege dann können wir noch ein bisschen länger leben aber ja ich versuche es halt irgendwie dass wir das leben halt machen können ich versuche meine freundin die hat noch überhaupt keine ahnung von dem leben auf der straße sie kann kein fahrrad reparieren sie kann kein reifen wechseln das werde ich alles beibringen vorher machen kann sie schon das habe ich ihr schon beigebracht aber so kleinigkeiten sie beschäftigt sich mit kräutern zum beispiel sehr viel sie hat ein bisschen mehr ahnung wie ich und ich lerne halt noch von ihr also wir haben viel vor wir haben große projekte vor uns wir wollen wirklich auch erstmal über dänemark schweden norwegen aber ja morgen macht uns schon angst irgendwie ein bisschen aber wir freuen uns durch die natur das wäre so die erste gegend wo wir hinfahren wir haben momenten handy kamera also ich habe auch keine ahnung von filmen ich werde vielleicht noch eine kamera kaufen ich habe kein laptop bei ich weiß noch nicht ob ich einen kaufe weil auch wegen der börse wäre es vielleicht gar nicht so schlecht weil ich mich jetzt an der börse versuche um vielleicht ein bisschen geld zu regenerieren im moment habe ich noch 500 euro investiert in verschiedene aktien habe schon 20 euro verloren läuft nicht so gut aber naja wir werden sehen vielleicht hat der ein oder andere noch hilfestellung für mich um uns zu unterstützen weil wie gesagt ich möchte halt auch mehr geld irgendwo generieren um halt auch anderen menschen zu helfen die wir halt auf dem weg finden die wir auf dem weg kennenlernen dürfen ich habe gestern zum beispiel waren wir in seinem haus da haben wir auch eine ältere dame besucht von meiner freundin die war ja auch lange zeit in der pflege und die mag sie halt sehr und ich durfte da mal mitkommen weil die ältere dame kennt mich vom namen her aber nicht vom sehen und dann bin ich da mal mitgekommen und ja danach sind wir halt noch spazieren gegangen und haben halt ein haus gefunden was halt wo eigentlich meine freundin dachte da wohnt noch jemand eine ältere dame ja dann haben wir gedacht na ja wir laufen mal dran vorbei so ich habe jetzt natürlich kein video gemacht in diesem haus und da haben wir aber schon von weiten gesehen das haus war naja mehr oder weniger zerstört jugendliche randaliert wie auch immer scheiben eingeschlagen und so weiter und so fort so in diesem haus sind wir natürlich auch reingegangen haben geguckt und so und haben natürlich viel hab und gut noch in gefunden von dieser person die da halt gelebt hat und dieser ich möchte mal sagen es war am ende eine einsame frau kontauszüge haben wir gefunden also laut kontauszüge hart 4 niveau 300 mark euro scheiß nicht euro und glaube ich schon hat aber sehr sehr viele wasserflaschen da gehabt also diese fünf liter kanister also hunderte waren es da hunderte wirklich hunderte also die frau muss wirklich in armut extrem in armut gelebt haben und wahrscheinlich hat sie wahrscheinlich auch den strom mehr gehabt kein wasser mehr gehabt sonst hätte sie nicht so viele kanister gehabt das waren hunderte von teilweise noch einige voll mit wasser die muss wohl davon gelebt haben sich damit gewaschen haben getrunken haben und so weiter aber sie hat sich das wasser nicht mehr leisten konnte und wahrscheinlich die rechnung nicht mehr bezahlen konnte irgendwann sind die leute halt und rutschen halt auch in alkohol ab perspektivlosigkeit mit dem bisschen geld kann man nicht leben das ist nicht machbar also die das war es sah verwahrlost aus klar war es randaliert und so aber wir haben halt auch sehr sehr viele postkarten ihr leben haben wir halt gefunden werden das komplette leben von ihr gefunden postkarten die wir halt mal viel auf reisen haben fotos gefunden haufenweise also ein ziemlich krasses schicksal wenn man es so sagen darf und uns ist es ein bedürfnis solchen menschen helfen zu können vielleicht wäre es auch schön wenn wir dann mehr geld zur verfügung haben ich probiere mich an der börse ich probiere alles mögliche jetzt auch youtube denn in zukunft und vielleicht habe ich die möglichkeit ein bisschen mehr geld zu verdienen ohne mich ständig irgendwie arbeiten zu müssen und anderen leuten in den popo kriechen zu müssen um mein geld zu verdienen jetzt habe ich einen total tollen job ich habe auch eine tolle firma gefunden die ich jetzt leider kündigen muss und ich wäre mit dieser firma definitiv mein restliches leben geblieben aber ich möchte auch einmal leben es ist nicht nur sinn im leben wir leben in einem rad in einem hamsterrad wo wir arbeiten essen trinken schlafen arbeiten essen trinken schlafen arbeiten vielleicht haben wir Glück haben den richtigen job haben auch beim wochenende wo wir ein zwei tage zur verfügung haben um uns zu erholen zu entspannen für uns selber mal was gutes zu tun in der pflege ist das leider auch nicht der fall da haben wir halt doppeldienste gehabt haben zwölf stunden gearbeitet haben 1200 euro verdient teilweise 1300 am anfang ganz wenig 1100 war sogar auch schon gerade in berlin war es halt so doppeldienste also vormittags und nachmittags und konzert und hinausfahren also ganze tag im arsch denn halt wenig wertschätzung mein akku ist jetzt alle liebe leute ich muss leider beenden ich habe 5 prozent akku ich wünsche euch wie gesagt einen angenehmen tag ich werde wenn ihr wollt gerne weiterhin videos machen und auch noch viel von mir erzählen ich wünsche euch erstmal einen angenehmen tag arbeitet an euch und wir werden noch die quellen durchgehen die ich halt genutzt habe um ein besseres leben zu führen zu können und gedanklich auf den richtigen weg zu kommen ich bedanke mich fürs zuhören bis bald vielleicht euer patrick